Und euch stand Twaskets Punkt, oder? Das ist okay. Matthias, wo ist das? Du bist der Schicht. Wollt ihr anfangen? Fakt hier mit Rose. Okay, und dann kommt das Echo mit Twaskets. Okay, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wollt ihr anfangen? 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 Das geht lauter. Ja, 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 ja. Und das macht man so sehr gut. Aus. Gut, wir machen das in den letzten drei Minuten später. Aber noch ein bisschen lauter für den Korrektionszimmer. Sag ich vielen Dank. Wir sehen uns bei uns mit der Wissenshaus nach dem Spiel.